Und jo, und herzlich willkommen zu dem zweiten Projekt, unserer Knights of Pen & Paper, wie ich schon gesagt hab, dass ich hier das mal let's playen werde. Und ja, dann würde ich mal gleich mal sagen, fangen wir an, Spiel laden, und zwar hier, weil ich habe ja außerdem ein neues Spiel mal erstellt. So, klicke auf einen Stuhl, ich hab hier jetzt, also wir sind jetzt in der Auswahl, und dann zudem nochmal, ja, neues Projekt und sowas, neben Paraword, was, ähm, ich werde auch mal den Upload, ähm, Rhythmus dann hier nochmal kurz sagen, und jeden Tag kommt ein, eine Folge Paraword und eine Folge Nice of Pen & Paper. Und ich werde jetzt mal gucken, dass ich das so mach. Hünks. Okay. Oh, Goldbeere, Großmutter, Blümchen. Goll, bin ich dabei, oder was? Gucko, Grenzüberschreitung, zusätzlich, fünf Bedrohung und, oh, okay, drei, zu allen nett, Bedrohung um minus fünf und Manaentzug um fünf Prozent reduziert, toll, Betu, Aretado plus ein Angriff, lol, da sind welche neu dazugekommen, E.T. Paris, The Rocker, der kleine Bruder, Bello, die Schwarzkanone, Pizzabote, Nerds und Bürohengst, ich denke mal, ich werde als erstes mal den, ja... Nein. Ich denke mal, ich brauche nen Tank, und wär eigentlich nicht besser als Großmutter, zusätzlich zwei, ähm, tatsächlich zwei Hundert Prozent auf Bedrohung, oder habe ich noch jemand anderen, der zusätzlich, oh ne, der ist, der Hugo, der ist besser, zusätzlich 5 Bedrohung und hier 10% auf kritische Trefferschance, dem gebe ich, der wird hier der perfekte Tank und zwar der wird Ritter, die habe ich mit Super Equal geschaltet, Gegenschlag, Drachenblut, der Ritter greift an und erzieht dem Ziel 20% TP, das von ihrem zugefügten Schaden, Rundkämpfer, der Ritter, stellt sich in vorderster Linie, erhöht 3 Runden Bedrohung um 5 und körperlicher Widerstand um 2%, dank diszipliniertem Training steigt deine kritische Trefferwahrscheinlichkeit auf 3% und du entziehst dem Ziel bei erfolgreichen Angriffen 5 TP und der körperliche Widerstand steigt um 1%, das ist passiv vor allem, der Gegenschlag, Drachenblut und Frontkämpfer, also wenn das nicht mal der perfekte Tank wäre, dann wüsste ich auch nicht weiter, so, Spieler hinzufügen, ja, ich war mal, was, ich war mal Weitläufer, okay, so, wenn du Wiederbedingungsfassen für diesen Spiel um 50% reduziert, dann nehmen wir mal den Nerd, der wird hier, mhm, hey, was kann der, war der eigentlich? Karkophonie, ein grässlicher Mistklang, der allen Zielen 2 bis 2 magischen Schaden zufügt, Einklang, der Bader spielt einen Ruheklang, der ein freundliches Ziel und ihn selbst um 10 TP heilt, Oktavarium, der Bader singt ein Lied, das alle Gruppen wie jeder 2 Züge lang um 3 TP heilt, Akkord der Macht, der Bader spielt die Grundnote des Akkords, wodurch der Angriffswert der Gruppenmitglieder 5 Runden lang um 2 erhöht werden, okay, Allzeit bereit, ja, weiß, Jäger, was macht der, Volltreffer, der Jäger konzentriert sich auf sein Ziel, beursacht kritischen Schaden von in Höhe von 5%, Konzentration, verlängert den Zielvorgang, steigert den Angriffswert um 1 auf Kosten von 1 Initiative, Herzschiff, zielt auf das Herz, fügt dem Ziel Schaden zu und verursacht 1 Runden lang eine Blutung in Höhe von minus 40% deines Angriffs, Pfeilhagel, ein Pfeilhagel, der einem 4 plus 4 weiteren Weinten minus 3% mehr Schaden zufügt, Ne, ne, Paladin werde ich nicht nehmen, den kriege ich auch nicht, Ich denke mal, ich werde auch wieder ein Magier nehmen, ein Druiden und ein Kleriker, hm, Wobei, der Bader, der ist auch ziemlich gut beim, vom Buffen her und allem, Ich weiß jetzt nicht, ob ich den nehmen könnte, Beide, ne, ich nehme den Kleriker, der kann hier ziemlich gut heilen, So, Spiele hinzufügen, ja, und das Let's Play wird etwas, wird wahrscheinlich lang dauern, Ich habe da 11 Gold, cool, kann mir noch einen anderen holen, Ach, hinzufügen für 10, ach, das kostet jetzt 10 Gold und nicht 5, okay, Was brauche ich denn noch für einen? Ich brauche ja am besten jemanden, der noch irgendwie etwas stärker ist, Alleskönner, Oh, Goldbeere, Fräulein Goldbeere, die passt eigentlich als Magier, Spiele, Einfälligkeit, Fähigkeitstor, Hm, der passt doch als, weiß ich nicht, das war so Buffer, Aber mal gucken, wie nehme ich denn, Sportskanone, Angriffsbonus, Komm, die Sportskanone wird mal Krieger, Ja, Okay, Tag 1, Also, sind alle, äh, sind alle bereit, alle Charakterbögen fertig, Ja, lasst uns abrocken, Abrocken, also echt, jetzt stammt dein Charakter einfach aus der Zukunft, Ja, ganz genau, Für ein gutes Rollenspiel gibt es zusätzliche Erfahrungspunkte, okay, Bevor wir anfangen, Solltet ihr wissen, dass ihr die Spielschwierigkeit durch die Erhöhung oder senkende Gegneranzahl verändern könnt, Als das Abenteuer beginnt, Es ihr erwacht, Könnt ihr das kalte Flüster des Windes hören, An das, was vorher passiert ist, könnt ihr euch nicht mehr erinnern, Ihr wisst nur, Dass ihr eine Gruppe von Freunden seid, Die ohne jeden Grund in ein Gefängnis zum Speisespot wurde, Und das euch alle als Mörder bezeichnen, Während ihr Nach einem Ausweg sucht, bemerkt ihr, dass die Gefängnisgitter unter irgendeiner Art von Magie zerborsten sind. Lasst uns von hier verschwinden. Als ihr die Zelle verlasst, lauft ihr neben Wachen in die Arme, die sich ganz eindeutig nicht freuen, euch zu sehen. Jede, ihr solltet in der Zelle sein, nicht davor. Ihr wollt doch nicht, dass wir euch wehtun, oder? Macht schon zurück in eure Zelle. Ha, das werdet ihr bereuen. Einfach so, werde ich bestimmt nicht in diesen Gefängnis, in diesen Käfig zurückkehren. Kommt zurück! Tötet zwei Wächter in einer oder mehreren Schlachten, lol. Zuvor waren das vier, die ich am Anfang... Anfang muss ich vier töten. Okay. Düm, 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 düm. Ach cool, da hat ne Lanze. Oh ja, ich hab ne Lanze. Düm, 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 düm. Wow, ich hab den... Wir sind noch nicht mal Level abgegangen, lol. Schlag der Alarmausbruch im ersten Stock. Oh, oh, der Alarm. Ich finde, wir sollten uns an den nächsten Wachen vorbeischleichen. Würfeln. Guter Wurf. Die anderen Wachen sind so sehr mit der Suche nach euch beschäftigt, dass ihr unbemerkt an ihnen vorbeischleicht. Als ihr das Erdgeschoss des Turms erreicht, seht ihr eine sonderbare Gestalt in einem dunklen Umhang, die mit einem Pferdewagen auf euch wartet. Sonderbare Gestalt. Wir sollten diesen Ort schnell verlassen, beeilt euch. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber fürs Erste müssen wir wohl, äh, müssen wir dir wohl vertrauen. Das war auch beim ersten Mal, Englisch, damit ihr das wisst. Ich weiß nicht, ob ich hier immer, ich denk mal, ich hab, ich denk mal aber nicht, dass ich das ganze Let's Play über hier irgendwelche speziellen, ähm, Dingens rede und sowas. Oder hier so ein bisschen so anders. Oh ja, und was ich euch noch sagen wollte, hier das Gold und so Gegenstände hier. Das kommt anscheinend alles noch von dem letzten Abenteuer, was ich da hatte. Mit den, äh, mit der anderen. Oder mit meinem Anfangs... äh, Truppe. So, Spalten, Steinhaut, Spotten, Spalten. So, du kriegst, sag ich mal, dein Kampftraining. Und Nerd. Wiederherstellung. Entweder wurde das gepatcht, oder... Es ist einfach anders, weil ich jetzt, ähm, ein neues Spiel gemacht hab. Und das kostet, der kostet 80, okay. So, dann machen wir mal, Quest, Quest erstellen, Jagd, Beutezug, Roter Zielapfel. Hey Abenteurer, wie wäre es, wenn ihr mir etwas zur Hand gehen würdet? Mir sind die Übungsziele ausgegangen und der... Und da habe ich mich gefragt, ob ihr nicht zufällig rote Äpfel bei euch habt. Die roten Äpfel sind direkt hier im Startdorf zu finden. Da die Ratten mir viele Äpfel gestohlen haben, solltet ihr von... Äh... Ja, solltet ihr einige bei ihnen finden können. Erbeutet 20 rote Zielapfel. Oh, Riesenratte Elite. Erhöhen wir mal den Schwierigkeitsgrad. Hm, 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 hm. Ha. Lol. Der regeneriert Leben. Warum regenerieren die Leben? Ich hab doch gar kein... Dingens da. Und auch kein Buff an. Oder sonst was. Ich glaub, ich sollte mal schnell ins Team offline gehen. Äh, offline. So. Okay. Also ich muss sagen, der Ritzer, der gefällt mir jetzt von Anfang schon mal gut. Warum werden die immer alle geheilt? Versteh ich nicht. Ist es da gut, aber trotzdem. Weiß nicht, vielleicht ist es Anfänger- oder Startbonus oder sowas, aber... So was hatte ich beim ersten Mal noch gar nicht. Oh, sieben Äpfel, cool. Jetzt muss ich mal die Ausrüstung checken. Okay. Ähm, denkt er steigt, er kriegt sich 3% und... Ich ziehe bei erfolgreichem Angriff 5%. Okay. Der Widerstand steigt. Schläger-Post, ein Angriff-Bonus. Ich hab aber gar nichts da, was hier irgendwie das macht. Oh, guck ich mal schnell beim Händler. Ich hab hier bloß noch die Karte und das da. Also ich hab mir so gekauft den Grail. Da kann ich 5 Spieler haben. Und die BK-Krone kann bis zu 7 Motser gleichzeitig antreten. Dann hab ich hier den Holztisch. Der war eh anfangs da. Und den Comic-Verkäufer. Dann hab ich hier die Karte. Die hab ich mir für keine Ahnung wie viel Gold gekauft. Ja, 200. Hier Wiederbelebungskosten, minus 50%. Karte, wiederbelebungskosten, minus 50% Reisekosten. Schwert und Schild, minus 10% Schmiedekosten. Tür zum Wald. Ach, regeneriert 2 HP? Lol, das hab ich gar nicht. Das hab ich mir doch nie gekauft. Lol. Roter Teppich, plus viel Gold. Okay. Hm. Da weiß ich selber nicht mehr mal, was ich mir alles gekauft hab. Okay, kämpfen. Mal was stärkeres. Riesenratten. 2. Patschk. Oh, ich glaub die 2 waren etwas für schwer. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn man in dem Spiel stirbt. Aber, die regenerieren ja hier 2 TP immer. Ein Glück, dass ich mir diesen Bogen gekauft hab. Ich glaube, man kann jetzt nicht hören, wie mein Bruder duscht. Wäre etwas schlecht. Weil ich das hören kann. Aber ich glaub die Musik vom Spiel ist eh laut genug. Ja, gleich eine Ratatot. Ja. Ja. Tötet sie! Schnell! Ich glaube, ich spare mir jetzt erstmal mein Gold, um mir dann so einen nächsten Typen zu holen. Je schneller ich hier solche Partymitglieder habe, desto besser. Oh, cool. So, den Schlag, der Standard. So, Zirkel der Heilung. Gegenschlag, Drachenblut. Gegenschlag, bewirkt ein Gegenschlag mit einer kritischen Trefferwahrscheinlichkeit von 20% und senkt den erlittenen Schaden um bis zur nächsten Runde um 50. Wie gesagt, der beste Tank, den man haben kann. So, kämpfen. Da kämpfe ich mal gegen Fledermäuse. Nehmen wir mal drei. Nein, ich will gerne beginnen. Lass mich heute etwas Neues ausprobieren. Ach, jetzt kriegt der hier so einen... Ach, jetzt kriegt der Bubble. Cool. Äh. Äh.